Musik Jo Leute was geht hier ist Basti von Zombies Germany Und hier ist das erste E-Sec was ich in Black Ops 2 gefunden habe und zwar in Transit Und zwar fährt man da mit dem Bus, muss man fahren, an der ersten Haltstelle vorbei Und zwar an diesem Diner Dann fährt man unter so einer Brücke durch Und dann bei der nächsten Haltstelle ist dann Farm, also dieser Bauernhof Und zwischen dem Bauernhof und der nächsten Haltstelle ist so ein Kornfeld auf der Seite Und da muss man dann halt nur im Bus aussteigen, wie man dann hier sieht Da bin ich jetzt gerade noch im Bus und steigt er jetzt aus So und genau hier an der Laterne muss man aussteigen und dann läuft dann hier das Maisfeld rein Am Anfang habe ich mich einmal kurz verlaufen, man muss auf jeden Fall auf die Dinge aufpassen, die auf und drauf springen Und dann muss man einmal halt Jetzt gehe ich nochmal raus, weil ich denke ich habe was falsch gemacht Aber ich habe mich einfach kurz verlaufen Und dann muss man einfach nur einmal reinlaufen An dieser Lampe Links und dann in so einen kleinen Weg rechts rein Und dann kommt man zur Nacht der Untoten Die Call of Duty 5 Zombie Map Das haben die auch eingebaut dann So läuft man dann hier bei dieser Laterne Läuft man hier rein Die Dinger nerven, krass Läuft man da rein Und jetzt biegt man links ab Und dann rechts einen kleinen Weg Den übersehe ich jetzt nochmal Aber jetzt auf dem Rückweg sehe ich Den läuft dann da lang So jetzt Habe ich nochmal zurück Und da sehe ich ihn Dann läuft man hier lang So einen kleinen Weg Und dann kommt da direkt so ein Tor Und dann ist man da direkt auf Nacht der Untoten Dann zappt ein paar Beier hinzu Aber die kann man auch nicht neu aufkaufen So in den nächsten Tagen werden auch noch ein paar Tutorials Im Transit Modus kommen Wie man so die Grundsachen baut So das Zombie Schild Oder so eine Turbine Wo man Türen kostenlos aufmachen kann Die man sonst nicht aufmachen kann Und das große Easter Egg Sind wir gerade noch dran Aber haben wir auch noch nicht rausgefunden Aber es wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch kommen Okay dann bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal